Super, Lukas! Du schau mal an der Garten, wir haben hier einen Kasten. Willst du mich auch mal her? Das ist der Große! Du bist der Große! Du bist der Große! Der Berg steht der Ongel! Was ist denn drin? Super, Lukas! Hast du noch viel Glück gefangen? Warte, nie einer dran! Hey, hast du den Lukas gefangen? Ein Eiterl! Können wir den essen oder einschmeißen?